Hallo, also ich bin die Miriam und ich bin der Alice dankbar, dass sie gut backen kann. Wie aber besser wird sie denn aufessen? Ich habe den Kuchen gemacht und wir sind ganz stolz darauf, wir dürfen nicht nur den Songfantest moderieren, sondern einen runden Geburtstag moderieren, nämlich den 60. Und alle Zuschauer werden ein Stück dieser Torte bekommen. Alle! Alle 200 Millionen? Genau, dann fangen wir aber mal bei den Moderatorinnen an. Wir müssen nämlich gut im Futter bleiben, es wartet eine große Aufgabe auf uns. Viel ausstrengen wir nachher dann die Torte erstmal an und den Rest lassen wir euch dann übrig. Gute Idee!